Philipp Müller, leidenschaftlicher Feuerwehrmann in Landegg. Schon im zarten Alter von elf ist Philipp der Jugendfeuerwehr beigetreten. Für den Landegg ist er selbstverständlich, in seiner Freizeit Menschen in Not zu helfen. Neben der Feuerwehr und einer Ausbildung zum Rettungssanitäter absolviert Philipp Müller derzeit noch eine Ausbildung zum Bergretter bei der Bergrettung See. Anderen zu helfen, scheint manchen wohl schon in die Wiege gelegt worden zu sein. Ja, es ist eigentlich so, ich bin eigentlich in einem Gebäude aufgewachsen, durch das, dass mein Papa da schon mit Tätigkeiten konfrontiert war. Ich bin da einfach eines so eingewachsen. Es ist einfach das, dass man viel mit Leuten in Kontakt ist. Es hat auch viel mit der Kameradschaft zu tun, dass man einfach die Leute ein bisschen am Weg ist. Eben so, sagen wir mal, Hindernisse meistert und das macht es eigentlich auch aus. Das ist ein grosser Punkt, warum man das macht. Philipp Müller, ein Tiroler mit Herz.